Stempelstelle 211 Kunstteich in Wettelrode. Der Stempel ist da. Als ich 2007 mir gestempelt habe, sah es hier irgendwie anders aus. Ich glaube, da stand der Stempelkasten an einer anderen Stelle. Irgendwo da hinten, glaube ich, da ist der Kunstteich. Ja, viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Gottstüttel ist geschlossen. Na gut, fahren wir weiter.